So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO auf meinem Kanal. Ramses der Digge, eine neue Infofolge und ich raste komplett aus. Was ist denn los mit einer Yentex? Sind die denn total besoffen? Die haben immer ihre komischen Blogartikel gemacht, die so hässlich und trist monoton aussahen. Weißer Hintergrund, einfach nur schwarze Schrift nach unten, alles total hässlich. Mehr war es einfach nicht. Deswegen habe ich immer meine Infos dann von pokefans.net genommen oder von GoGames. Denn die haben wenigstens zu den News, wenn die das auch gebracht haben, Bilder mit da rein. Das sah anschaulicher aus. Wunderbar, du konntest dir erst mal vorstellen, wie sieht denn das Pokémon aus? Was ist denn das Shiny davon hin und her? Das war übersichtlich und schön. Pokefans.net hat dann das irgendwie gar nicht mehr gemacht, hat sich komplett zurückgeschraubt und nur noch die offiziellen Links von dem Blogpost geteilt. Aber eine Yentex hat die Blogposts ja dann so schön ansehnlich gezaubert und es war ein Paradies. Eine offizielle News, so schön zurecht gemacht, so übersichtlich, so einfach, ich kann es nicht verstehen, warum jetzt das angeblich offiziell gepostet wird und wir uns damit zufrieden geben müssen. Eine Grafik, wo ich nicht mehr weiß, wo die überhaupt her ist, denn auf dem offiziellen Blogpost ist das auf jeden Fall nicht gepostet. Vielleicht wieder bei Twitter einfach ein Bild rausgehauen, Twitter habe ich nicht. Würde ich also nie wieder mitkriegen, dass es überhaupt News gibt, wenn die das so machen. Dann ist es Englisch, dann ist so viel frei und nicht ausgefüllt. So schlimm sah es noch nie aus. Und gleichzeitig ist es aber auch wieder überladen, so extrem, dass du eigentlich überhaupt gar keinen Überblick richtig hast. Aber irgendwie ja auch doch, also euch reicht das ja. Ihr würdet nicht mal ein Video dazu brauchen. Ihr wollt nur da ein Datum irgendwo stehen haben. Ihr rätselt dann wieder, was das alles ist, so wie ich jetzt gerade und das passt. Ich will hier aber trotzdem eigentlich den September-Event-Kalender ganz gemütlich Stück für Stück durchgehen, mir angucken und das schön zeigen. Jetzt kann ich es natürlich nicht schön zeigen. Ich will trotzdem aber das jetzt hier machen. Vielleicht kommt ja doch noch ein Blogpost. Dann mache ich das alles nochmal neu. Ne, weiß ich nicht, was ich mache. Der nächste Feldforschungsdurchbruch wird nämlich sein, steht hier Research Breakthrough Medichum. Das müsste also Meditalis sein. Und hier steht auch ein Premium-Rate-Pass. Also aus dem Feldforschungsdurchbruch könnt ihr nicht nur Meditalis erhalten, wo ich mich jetzt frage, kann das Shiny sein? Hier ist kein Shiny-Symbol dran. Das heißt, es kann aus dem Durchbruch nicht Shiny sein. Ist eigentlich komplett unlogisch. Da ist aber kein Shiny-Symbol dran. Wir haben auch keinen Erklärungstext dazu. Muss man davon ausgehen. Es kann nicht Shiny sein. Es ist kein Shiny-Symbol dran. Aber ihr bekommt ein gerades Rate-Pass dazu. Also jede Woche, also alle sieben Tage, wenn ihr das schafft, den Durchbruch abzuholen, kriegt ihr einen Raid-Pass. Das ist schon mal cool. Dass das nicht Shiny sein kann, ist kompletter Schwachsinn. So. Fünf-Sterne-Raids ist ja das, was die meisten Leute wissen wollen. Immer komplett wissen wollen. Erster bis 13. September. Es ist so. Leider, die Dioxys-Formen kommen zurück. Die normale Form, die Angriffsform, die Verteidigungsform, die Speedform. Als das letzte Mal die Dioxys-Symbol da waren, fand ich das richtig stark. Die waren nämlich drei Tage. Eine Form hat gewechselt. Drei Tage die nächste Form hat gewechselt. Ich saß da. Ich habe sechs Stunden, acht Stunden, zwölf Stunden am Stück gestreamt. Wir haben Raids für Zuschauer gemacht. Das war so heftig, so brutal. Da war so viel los. Ich habe Shiny-Hand gemacht. Ihr habt Shiny-Hand gemacht. Ich wollte bei der Verteidigungsform unbedingt einen Hunderter haben. Habe ich mir gegönnt vom Kina-Tom. Seine Einladung gab es einen Hunderter. Ich habe alle Shinies bekommen. Ich bin mit denen durch. Ich habe auch einen Dioxys 100% auf Level 50 jetzt. Für die Leute, die immer noch unbedingt einen Shiny brauchen, ist das vielleicht eine gute Möglichkeit. Auf der anderen Seite ist es wieder komplett nervig. Wenn ihr seht, es geht ein Fünfer-Ei auf. Ihr wisst ja vorher einfach nicht, was da drin ist. Und wenn es dann schon auf ist, habt ihr unter Zeitrock, müsst ihr schnell Leute finden oder das posten oder gucken, wenn ihr sagt, da ist die Verteidigungsform. Die schaffst du jetzt wieder nicht mit zwei, drei Leuten. Der nächste braucht das, der nächste braucht das. Das ist so alles komplett wieder voll chaotisch. Bin ich gar kein Freund von. Eins reingepackt, dann das nächste irgendwann mal reingepackt, dann das nächste. Und ihr wisst genau, was drin ist und könnt euch einigen. Machen wir den, machen wir den nicht. Früher war schon zehn Leute stellen sich an, die Arenas geht auf. Ach nee, es ist das drin, ich gehe wieder. Und dann sind acht Leute gegangen und zwei standen alleine dort. Also komplettes Durcheinander. Welche Form braucht ihr noch komplett oder von welcher Form fehlt euch noch das Shiny? Schreibt es mal rein. Ich bin mit Dioxys durch. Alle Shinys und 100er Dioxys. Verteidigungsform auf 50 ist da. Ja, 13. bis 27. September würde wohl dann zwei Raid-Bosse trotzdem schon wieder zur gleichen Zeit kommen. Schon wieder Schwachsinn, weil du weißt ja wieder nicht, wenn das Ei aufgeht, was ist drin. So, jetzt sind es zwei geheimnisvolle. Die ganze Zeit wird hier rumspekuliert, spekuliert mit Lunala und Solgaleo. Ich kann mir nur vorstellen, wenn hier zufälligerweise ein Duo kommt, dass hier dann Lunala und Solgaleo kommen. Nicht Shiny. Zum ersten Mal da. Beide gleichzeitig. Und es gibt wieder einen riesen Trara, weil der eine will das, der andere will das. Kannst du das machen, kannst du hier machen. Hat jemand dort, hat alles, jenes. Hätte ich nacheinander viel besser gefunden. Eine Woche den Löwen, eine Woche die Fledermaus. Nacheinander. Wäre richtig gemütlich, übersichtlich. Hätte gepasst. 27. September bis 8. Oktober Evil Tal. Evil Tal bin ich durch. Haben wir damals gestreamt. Ich habe einen Lucky Trade mit Taubsy gemacht. Habe einen Wetterboost von ihm bekommen. Es ist 100% Lucky geworden. Ich habe es schon auf 50 gezogen. Aber Evil Tal kann Shiny sein. Das allererste Mal, dass es dann als Shiny kommt, wird viele Leute natürlich freuen. Evil Tal Shiny zu handeln. Evil Tal Bonbons zu machen. Evil Tal überhaupt zu gönnen. Viele haben das bestimmt noch gar nicht. Ich kann es gemütlich angehen lassen. Ich brauche nur das Shiny. Vielleicht kommt das in einer Raid Mania. Dazwischen hier. Wenn die anderen zwei wirklich kommen und neu sind. auch langsam angehen lassen. Können ja nicht Shiny sein. Meiner Meinung nach. Und die Oxys auch langsam angehen lassen. Also eigentlich ist der komplette September für mich auch irrelevant. Wie man das bei Raids für Zuschauern machen will. Wenn vier die Oxys Formen gleichzeitig da sind, habe ich auch keine Ahnung. Abstimmen lassen im Community Tab. Welche Form wird am meisten benötigt. Und die dann machen. Oder alle paar Stunden wechseln. Oder jeden einzelnen fragen. Oder einfach gar nichts machen. Keine Ahnung. Auch wenn die beide gleichzeitig da sind. Einen Tag mal das eine Stream. Einen anderen Tag das andere Stream. Es ist einfach wieder Chaos. Und ich hasse das, wenn das alles so durcheinander gewurschtelt ist. Evil Tal. Kein Ding ist alleine da. Passt. Ich habe schon gelesen. Einer meint auch. Vielleicht kommt vor Evil Tal ja Xenias. Das ist hier drin. Aber Xenias ist ja eigentlich wie Evil Tal. Warum sollte Evil Tal angekündigt werden und Xenias nicht? Ich denke mal Xenias wird, wenn dann nach Evil Tal vielleicht kommen. Im nächsten Monat schon. Wird aber hier noch nicht reingezeigt. Aber so könnte es dann ja weiter gehen. Und hier muss ein Duo rein. Da kann nichts anderes rein. Da muss ein Duo rein. Mega Raids. Was ist an Mega Raids interessant? Mega Ampharos ist jetzt drin. Bleibt noch bis 6. September. Scheint auch nicht mehr so beliebt zu sein. Letztens haben wir Mega Ampharos Raids gemacht. Dann hat keiner mehr mitgemacht. Haben was sein gelassen. Das war's. 6. September bis 16. Was Neues. 16. September bis 27. September. Was Neues. Es wurde ja jetzt gefunden, dass irgendwie Barnett und Zubiris, aber auch Stolos. Eigentlich würde ja Barnett und Zubiris eher in den Oktober passen. Vielleicht kommt jetzt hier endlich Mega Stolos mal rein. Aber vielleicht passt Barnett und Zubiris einfach besser jetzt nacheinander in diese Jahreszeit. Ich finde es schon mal krass, dass zwei neue Mega Raids nacheinander kommen. Und immer noch in der Zeit, wo Dioxys da ist. Das heißt, ich werde wahrscheinlich dann eher den Mega Raid raiden. Statt Dioxys Raids zu machen. Auf die zwei neuen Megas freue ich mich besonders. Dann kommt am Ende 27. September bis 8. Oktober noch Mega Schlappohr. Brauche ich auch nicht. Braucht ihr das? Weiß ich nicht. Könnte man, wenn man irgendeinen Raid-Stream macht und einer sagt, er braucht noch einen Raid davon, vielleicht mal mitmachen. Ihr habt hier Live-Events. 23. September bis 25. Da ist die Safari-Zone in Gojang. Wer da ein Ticket hat oder dahin will. Special Research. Special Research. September 1 bis Dezember 1. Was? Weiß ich nicht. Was heißt das? Keine Ahnung. Special Research auf jeden Fall. Bis Dezember. Bis zum 1. Passt. Hier habt ihr verschiedene Events, die angekündigt sind. Dazu kommen wir gleich. Die Raid-Stunden, die hier da sind. Wir sehen auch, am 7. September ist eine Raid-Stunde mit allen Dioxys-Formen gleichzeitig. Finde ich auch wieder richtig schlimm. Denn jeder kriegt dann was anderes raus. Ganz schnell einladen. Hin und her alles. Leute finden. Jeder braucht vielleicht eine andere Gruppengröße. Jeder braucht zum Teil vielleicht auch andere Pokémon zum Angreifen. Hin und her. Es wird das komplette Chaos. Mir ist es im Endeffekt eigentlich egal, zu was ihr einladet. In der Raid-Stunde bei Dioxys. Ich brauche es wie gesagt nicht. Ich nehme einfach der Reihenfolge an, wie das kommt. Und gucke mir das an. 14. September gibt es eine Raid-Stunde. 21. September gibt es eine Raid-Stunde. Ich hoffe, die teilen das. Dass wenn wirklich zwei Dinger da sind, dass sie es jetzt machen wie bei Sation und Sama Senta. Die waren auch gleichzeitig da. Aber die haben die Raid-Stunden geteilt. Möchte ich hier bitte auch, dass am 14. das eine drin ist und am 21. das andere. Am 28. September Evil-Tal gibt es wieder gar keinen Stress. Das wird die coolste Raid-Stunde sowieso werden, sage ich jetzt schon. Spotlight-Stunden. Jeden Dienstag wieder von 18 bis 19 Uhr. Gibt es also Spotlight-Stunden mit. Somniam am 6. September kann ja jetzt shiny sein. Zweifacher Fang. Sternenstaub steht hier. Am 13. September Trassler mit zweifachen Fang-EP. Trassler auch cool, auch shiny, auch stark. Dann haben wir Stolunio am 20. September mit zweimal Fang-Bomb-Boms. Jetzt könnte man denken, am 20. September ist das drin. Stolunio. Vielleicht ist er dann vom 16. bis 27. September endlich Mega-Stolos da. Und es passt hinten noch eins rein und zwar Minchino am 27. September. Das braucht kein Mensch. Das kann weg. Mir fällt sogar der Name jetzt noch nicht mal ein, wie das heißt. Das ist Pico-Chiller oder so. Zweimal Bon-Boms fürs Verschicken der Pokémon. Also das ist uninteressant. Somniam für die, die das shiny noch brauchen. Und ansonsten Rals und Aaron, die zwei. Das sind die interessantesten, gerade auch für die Mega-Entwicklungen noch dahingehend. Vielleicht ist er sogar, wenn hier Stolunio ist, in dem Zeitraum dann, hier wirklich Mega-Stolos drin. Und vielleicht ist hier Mega-Gadouar drin. Das wär's. Damit rechnet keiner. Und dann hast du im Oktober trotzdem ja noch Zobiris und Barnett offen. Und hier ist jetzt was, womit keiner rechnet. Das wär genial. Das wär krass. Und die Events angekündigt. Im September gibt es also diesen begrenzten Forschungstag mit... Mit Manuel Gleixner. Verfolg dich jetzt. Grüße gehen raus. Den begrenzten Forschungstag mit Iskala. Habe ich eben ein Video dazu hochgeladen. Am 6. September bis 12. September gibt es das Psycho-Spektakel. Da gibt es bestimmt auch wieder neue Shinies. Am 10. September ist Clefairy-Commotion. Keine Ahnung, was das ist. Deswegen ist da irgendwas mit... Clefairy, Clefairy... Ist Clefairy... Ist das Pixie? Ist das Pipi? Ist das... Was ist... Was ist... Bitte bringt mir eine deutsche Grafik mit deutschen Blog-Übersichts-Dings. 11. September. Oh, da haben sie sich... Dioxys-Raid-Day. Freie Pässe machen. Mehr nicht. Brauche ich nicht. Dioxys-Raid-Day. Evil-Tile-Raid-Day. Das wäre richtig cool gewesen. 16. September bis 21. September. Test your Metal. Keine Ahnung, was das ist. Kann ich auch nichts dazu sagen. 18. September. Community Day. Wissen wir auch nicht, was das ist. Ist auch nichts angekündigt. 27. September bis 3. Oktober. Die Fashion Week. Da gab es ja immer coole, kostümierte Pokémon. Da gab es immer dann Käufwaffe und so mit seinen verschiedenen Formen. Käufwaffe wurde da mal eingeführt. Käufwaffe war immer richtig toll, richtig cool. Ansonsten sind das eigentlich alle News jetzt für den September, die bis jetzt irgendwie angekündigt sind und die wir hier sehen. Also den Raid-Pass jede Woche aus dem Durchbruch finde ich stark. Die neuen Pokémon, ja, bringen frischen Wind rein, aber kommen ja dann wieder gleichzeitig und erst nach die Oxys. Evil-Tile das absolute Highlight. Zwei neue Mega-Raids wahrscheinlich. Wird auch richtig stark. Ich freue mich auf die ganzen Events. Dazu gibt es aber noch keine News. Und die Spotlight-Stunden natürlich für die Shiny-Jäger oder für Bon-Bom-Sammeln gerade. Trassler XL und Stolunio XL kann man gerne mitnehmen. Was sind eure Lieblings-Spotlight-Stunden? Auf welche Raid-Bosse freut ihr euch? Freut ihr euch auf die Mega-Raids? Habt ihr noch Spekulationen und Gedanken dazu? Schreibt es mir in die Kommentare. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut euer Ramses.